Wo ist der Check-in-Schalter? Ich muss mein Gepäck abgeben. Kann ich bitte einen Fensterplatz haben? Wie lange dauert die Flugverspätung? Wie lange dauert die Flugverspätung? Wie lange dauert die Flugverspätung? Ist das das richtige Gate für den Flug nach Berlin? Ist das das richtige Gate für den Flug nach Berlin? Mein Flug wurde gestrichen. Was soll ich tun? Ich habe einen Anschlussflug. Wohin gehe ich? I have a connecting flight. Where do I go? Entschuldigung, wo ist die Gepäckhausgabe? Excuse me, where is the baggage claim? Excuse me, where is the baggage claim? Muss ich meine Bordkarte ausdrucken? Do I need to print my boarding pass? Do I need to print my boarding pass? Wo finde ich ein Taxi? Where can I find a taxi? Where can I find a taxi? Where can I find a taxi? Wann beginnt das boarding? What time does boarding start? What time does boarding start? Gibt es einen Duty-Free-Shop in der Nähe? Is there a Duty-Free-Shop nearby? Kann ich das im Flugzeug mitnehmen? Can I carry this on the plane? Can I carry this on the plane? Ich habe meinen Reisepass verloren. Wie komme ich ins Stadtzentrum? 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 Wo ist die Abflughalle? Wo ist die Abflughalle? Ich möchte meinen Sitzplatz ändern. I would like to change my seat. Kann ich eine Decke bekommen? Can I get a blanket? Ich reise geschäftlich. Wie hoch ist die Gepäckfreigrenze? Ich brauche Hilfe mit meinen Taschen. Ist das WLAN hier kostenlos? Ist WiFi free here? Kann ich einen Gangplatz haben? Kann ich einen Aisle-Seat haben? Kann ich einen Aisle-Seat haben? Wo ist die nächste Toilette? Where is the nearest restroom? Brauche ich ein Visum für mein Reiseziel? Do I need a Visa for my destination? Do I need a Visa for my destination? Do I need a Visa for my destination? Wie ist der Wechselkurs? What is the exchange rate? What is the exchange rate? What is the exchange rate? Ich habe nichts zu verzollen. I have nothing to declare. I have nothing to declare. Mein Gepäck fehlt. My luggage is missing. Wo kann ich mein Handy aufladen? Where can I charge my phone? Ich reise allein. I am traveling alone. Könnten Sie mir bitte beim Boarding helfen? Could you please help me with the boarding process? Wie ist das Wetter an meinem Zielort? What's the weather like at my destination? What's the weather like at my destination? Kann ich einen Flughafenplan bekommen? Can I get a map of the airport? Can I get a map of the airport? Gibt es eine Lounge, die ich nutzen kann? Is there a lounge I can use? Is there a lounge I can use? Wann ist der letzte Aufruf zum Boarding? What time is the last boarding call? What time is the last boarding call? Wo finde ich eine Wechselstube? Where can I find a currency exchange? Where can I find a currency exchange? Wie komme ich zum Mietwagenbereich? How do I get to the rental car area? How do I get to the rental car area? Kann ich hier eine SIM-Karte kaufen? Wo ist der Raucherbereich? Where is the smoking area? Where is the smoking area? Where is the smoking area? Haben Sie vegetarische Mahlzeiten? Gibt es einen Shuttle zum Hotel? Gibt es einen Shuttle zum Hotel? Wie viel kostet das WLAN? Wie viel kostet das WLAN? How much does the Wi-Fi cost? How much does the Wi-Fi cost? Kann ich den Flugplan sehen? Can I see a flight schedule? Can I see a flight schedule? Can I see a flight schedule? Wo ist die erste Hilfestation? Where is the first aid station? Where is the first aid station? Where is the first aid station? Ich muss meinen Flug stornieren. Ich muss meinen Flug stornieren. I need to cancel my flight. I need to cancel my flight. I need to cancel my flight. How early should I arrive for an international flight? How early should I arrive for an international flight? How early should I arrive for an international flight? How early should I arrive for an international flight? Gibt es Ermäßigungen für Studenten? Are there any discounts for students? Are there any discounts for students? Bieten Sie Flugversicherungen an? Do you offer flight insurance? Do you offer flight insurance? Where can I leave feedback? Where can I leave feedback? Where can I leave feedback? Can you assist me with the self-check-in kiosk? Can you assist me with the self-check-in kiosk? Can you assist me with the self-check-in kiosk? I need to go to the self-check-in kiosk? I need to go to the self-check-in kiosk. I need to go to the self-check-in kiosk. I need to start with my difficulties.